Da kommt er, der Weihnachtsbaum 2019. Am Dienstagvormittag wurde er vom städtischen Bauhof mit schwerer Technik auf dem Hoyerswerda-Marktplatz aufgestellt. Die herrlich gewachsene Blaufichte wurde in diesem Jahr von einer Familie aus der Altstadt gesponsert. Der Baum bildet natürlich wieder den weihnachtlichen Mittelpunkt auf dem Platz vor dem Rathaus und wird bis zum Teschenmarkt Mitte Dezember noch dekoriert.